Wir kommen wieder an einen Abzweig, also das Steuensystem ist echt Wahnsinn. Hier ist der Ausgang. Meine lieben Freunde, wir sind jetzt noch mal hier in der Untertageverlagerung Piray. Also Steinburg 2 befinden sich praktisch richtungsmäßig in der Richtung und Reichenbach praktisch in der Richtung, wo wir gerade herkommen. Wir waren jetzt gerade in Reichenbach. Es ist wirklich ein weiter weiter Weg von hier vom Eingang bis nach Reichenbach und auch bis nach Dings, es wäre auch relativ weit nah. So, wir haben uns jetzt eigentlich genug angeschaut. Wir gehen jetzt wieder durchs Wasser durch und frieren noch ein bisschen und dann geht es ab nach Hause. Wir sind jetzt noch einmal in Richtung Steinburg 2 unterwegs. Wir gehen jetzt mal in den hinteren Bereich. Ah, sind wir eh schon mal. Okay, okay, jetzt check ich das. Wenn man jetzt geradeaus weiter geht, kommt man praktisch in Unterlockwitz an. Ja, ne Confieks können wir versuchen das zusammen. Oh, keine inspires Uhr. Wir gehen auf. Das ist schon Dankeschön. Sieht dir沒有, wenn ich New Meldungen und zwei Geräusche. immer den Gleisen folgen wir sind dann praktisch einmal von Reichenbach bis nach Unterlockwitz gelaufen hier hat man das Stollensystem schön ausbetoniert wir müssten eigentlich gleich in Unterlockwitz sein Steinbock 2 bei der Richtung Ausgang wir müssten eigentlich gleich da sein oder wir müssten eigentlich schon im Bereich von Steinbock 2 sein was mir auffällt dass es eigentlich nur Bremsberge gibt die nach unten gehen so 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 wir wollen uns jetzt mal anschauen und dann gehen wir nach Hause das Kabel ist weg vom Bremsberge oi 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 wir sind praktisch hier im Maschinenrahmen gelandet Wahnsinn, Wahnsinn hätte ich jetzt nicht gedacht dass das so ein fetter Motor ist wir sehen praktisch hier den Bremsberg von oben hier noch ein Blick in den Maschinenrahmen des Bremsbergs das ist das wir sehen uns wir sehen uns die dass Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.